so ihr lieben da bin ich wieder und natürlich ein hallo an die youtube zuschauer zu der neuen runde frosty planet so ja wir haben hier einen wunderschönen geys der gerade am ausbrechen ist das ist sehr gut dann können wir nämlich gleich den ersten versuch starten wir gucken noch mal gerade gröber ob die geoentlüftung jetzt soweit fertig sind ja dann hier haben wir da auch alles aus obsidian die starke von leiterverbindungsplatte nur aus eisen jetzt nicht so optimal aber gut andererseits wenn das hier heißer wird dann wird der vakier auch relativ schnell zerlegt also von daher dürfte das nach möglichkeit sowieso nicht heißer werden hier drin so ja hallo elo an ich grüße die ich schon dass du da bist wo man anschließend in ihnen erst mal machen wir noch hier den drucker auf oder ach hier so eine blaupause schönes ein echt blaues t shirt ein leicht verschütztes t shirt für echte team player die es ist schon vor geschützt so wollen wir den zahlack mädchen knaller zünden hier oje 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 da fehlt noch ein rochstück ok strom haben wir dran was soll schon passieren speichern das ist eine gute idee vier drei vier so wir werden alle sterben ja vielleicht so ja ich hoffe ihr lieben ihr habt alle in die aktuelle station jetzt vorgerei geguckt ich hatte sehr viel spaß wieder mit dem zusammenschnitt von dem greenhouse bau es hat wieder sehr viel spaß gemacht das war sehr witzig gut fand ich da dass dann heute auch der ein oder andere tatsächlich auch mal das lied erkannt hat dass wir da verwendet haben oh ja stimmt roger hast du das lied eigentlich erkannt gehabt so stell mal langsam ich will sehen was da passiert oh nein mir fällt da gerade was ein das ist ja abgetrennt schnell macht es auf druck wird aufgebaut aber hier passiert zum beispiel noch nichts die frage ist bei wie viel druck da was passiert wenn der druck 12 tonnen erreicht wird der inhalt des gebäudes erhitzt und zu verbundenen geo entlüftung gepumpt ok es zeigt aber nicht an wie viel 6,4 von 12 tonnen ok wir können schneller stellen und wir können es auch laufen lassen und wir können schon mal direkt ein paar mehr von den hier bauen jetzt kommt raus jetzt kommt raus ja du hast doch schon echt angegeben was angegeben wieso angegeben war sehr nah ist kann das lied aber habe nicht weiter darüber nachgedacht was denn jetzt weißt du mittlerweile wo es herkommt angegeben was heißt denn hier angegeben womit habe ich denn angegeben ich habe den chat heute schon gelesen aha ok 19,7 prozent so wird uns auch aus magmatik bauen können naja 22,7 so den müssen wir wieder verbinden hier dann machen wir direkt wieder dicht und der sollte ja sowieso dann quasi erstmal das blei da oben rausschmeißen sieht man auch ein bisschen aus wie ein kackahaufen der da oben drin ist was normalerweise nicht grau ist 32 obwohl jetzt mal theoretisch ist ja die frage wie heißt das da gleich rauskommt aber theoretisch könnte man daraus auch wieder einen kreislauf bauen na mal schauen ich bin gespannt was da jetzt gleich passiert hat wieder auf jeden fall schwierig hier genug wasser bereitzustellen dafür hast du noch nicht gespeichert oder doch hatte ich soll jetzt hier mit voll karacho da rein flüssigkeitstemperatur 67,3 grad jetzt geht es aber auch schon uiuiuiui so wie machen wir hier weiter also ich würde das ja schon wohl gerne ausprobieren mit was super heißen dann gleich obwohl das irgendwie auch unpraktisch wenn wir da noch irgendwie mehr hinbauen wollen sollten wir die vielleicht eher so nach hier hinlegen die leiter hier können wir auch mal ach ne die haben ja hier eine leiter liegen so oh ich habe kein wasser mehr shit ja kein wasser wird mir mal eben hier reinlaufen lassen können sowas nicht auf die schnelle obwohl doch das hier könnte vielleicht gehen ja ist egal lassen das jetzt kommt gleich voll dann sehen wir was passiert ne bumm alles ist weg jetzt scheitert es doch daran dass wir nicht genug wasser hier zusammen kriegen so ein mist wird weiter wird es wäre die Komm schon! Brich aus! Wir brauchen mehr Wasser. Das bringt mal so gar nichts. Wenn das dann Dampfräume wären, dann hätte ich auch gar nichts dagegen, das Metall einfach dauerhaft da reinlaufen zu lassen. Warum nicht? Na, 2% noch. 1% noch. 0,1%! 100! Aufmerksamkeit benötigt. Kraftwerk aktivieren. Ach du Scheiße! Oh nein! Was? Was? Nein! Es macht alles kaputt bestimmt. Ausstoß 5,5 Tonnen übrig. Okay, es hat aber glaube ich keinen Schaden daran gemacht, oder? Was hat es jetzt ausgestoßen? Erde, Salz, Granit. Okay, und da kommt jetzt halt Wasserdampf raus. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt über 100 Grad ungefähr dazu bekommen. Und was hat es jetzt rausgespuckt hier? Rost, Granit, Magmatid, Erde, Obsidian, Salz. Hä? 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 Von entsprechend heißer Flüssigkeit. Oh no! Jetzt muss ich das so heiß machen, dass Blei schmilzt. Pfff. full stoppen. Pfff. 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 so und der der läuft dann wirklich jetzt quasi einmal und dann ist das thema durch der jetzt über druck der 3000 kilo übrig der es blockiert warum hat denn der überdruck dann haben die dinger den überdruck steht da nicht das ist ja doof na das ist richtig doof da muss ich das ding ja komplett umbauen hier und das auch geht das sieht dann doch ein bisschen komplizierter als erwartet also pi mal daumen bei über 100 grad wahrscheinlich 100 grad 100 kilo haben die dinger überdruck da müssen wir uns da mal was überlegen wie wir das jetzt zusammen tüddeln hier so ich brauche auf jeden fall sowieso noch hier ein stark stromkabel genau da so man kann das darüber hier brauchen wir eine brücke ja dann müssen wir das jetzt mal zusammenbauen hier eigentlich auch simpel gemacht wir müssen jetzt eigentlich nur einen atmosensor da rein basteln er sagt über 50 kilo meinetwegen das problem ist nur dass die dampfturbine hier überhaupt nicht damit also überhaupt nicht damit damit klarkommt dass das hier über 50 kilo also ich schaffe das ja gar nicht mal so schnell weg zu transportieren hier den dampf man muss es auch nicht ist ja im großen und ganzen egal wenn es jetzt länger dauert und es werden definitiv über 200 grad dran sein immer da weiß ich jetzt aber auch gerade nicht wie wir das hier geschickt machen äh ne grünes signal unter 50 kilo äh 50 so und wenn das nämlich erreicht ist dann muss das hier nämlich nach unten und dann kann es von mir aus da drauf so ja die ein oder andere dato kann man damit schon versorgen ja also grundsätzlich geht es mir jetzt erstmal darum dass wir überhaupt hier wie soll ich denn hier noch die ganzen rohre da lang kriegen also ich glaube ich habe echt pech gehabt hier mit der geo entlüftung hier so oben also weit oben an dem an dem mark markieren oder hattest du das auch so roger das ist ja schon ein bisschen räudig so so müssen wir das machen dann geht da lang die ja hatte ich ähnlich okay also ich muss hier drei leitungen lang kriegen ich bin bereit granit ach magmatit so aber die wird ja niemals hier so gefüllt sein da können wir auch alle auf eine leitung gehen da brauche ich keine drei leitungen lang sitzen für die dampfturbinen hier das geht so aber ich muss halt trotzdem die kühlleitung hier lang gelegt bekommen so dann brauchen wir wieder wärmetauscher da noch brücken hin ja und das müssen wir jetzt irgendwie hier auch noch mit rein gebastelt bekommen das wird spannend ich muss ja irgendwie wieder reinkommen hier da 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 die kloppen mir aber auch gerade gut durch da da stromkabel muss man noch verlegen So, ich glaube, dann haben wir das auch. Ja, aber ich glaube, Strom sollten wir dann jede Menge produzieren gleich. Die große Frage ist halt, ob wir die Dampftemperatur nicht erst immer auf 200 Grad einstellen. Und quasi die Geo-Entlüftung dann, ja, wenn halt Überdruck ist, ist es halt Überdruck, okay. Aber dann geht uns nichts verloren. Wisst ihr, wie ich das meine? Also, wir können die 200 Grad ja erstmal runterkühlen lassen von der Dampfturbine. Da brauchen wir einen Thermosensor für. Jetzt mal einfach mal nach hier hin. Wir nehmen einen Undgötter. Das Ganze mal so. Gehen da drauf. Bin jetzt gerade noch nicht sicher, ob das Undgötter das Richtige ist. Müssen wir gleich mal entlogisch überlegen hier. Also, wenn hier über 200 Grad sind, dann soll das Ding nicht aufgehen. Sondern nur, wenn wir unter 200 Grad sind. Grünes Signal unter 200 Grad. Ich glaube, wir müssen das noch negieren. Die Entlüftung. Oh, den habe ich gerade nicht gesehen. Das ist ein guter Hinweis, Roger. Dankeschön. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Obwohl, ne, macht es nicht. Ne, eigentlich ist es, eigentlich ist das egal. Der kann ja ruhig rausrotzen. Das ist ja Wurst. Das ist ja egal. Ne, wir müssen es tatsächlich anders machen. Also. Wir müssen... Das ist dann schon so richtig, glaube ich. Also. Grünes Signal unter 50 Gramm. Ach, 50 Kilo. Ich glaube, das Un-Gatter ist an der Stelle falsch. Ey, wir lassen uns jetzt mal entbauen. Kurz überlegen. Wollen wir mal mit dem Thermosentor erzählen. Also. Ein grünes Signal, wenn wir... Äh... Wenn wir über 200 Kilo sind. Äh, 200... Mein Gott, 200 Grad. Dann soll ein grünes Signal ausgegeben werden. Auf den. Mhm. Und. Über 50 Kilo sind dann auch ein grünes Signal. Was ist das? Ne, das passt so nicht. Das müsste so sein, ne? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Wie automatisieren wir das jetzt? Das ist ein grünes Signal, wenn wir über 200 Grad sind. Dass der aufgeht. Das ist schon mal soweit richtig. So. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie hinkriegen, dass alles muss halt priorisiert, sollte das hier halt laufen. So. Wenn ich das jetzt... Wie kriegen wir das jetzt so automatisiert? Jemand eine Idee gerade? Ist doch einfach bei der Einleitung. Also entweder zu heiß oder zu wenig Druck. Ja, aber ich will ja, dass er grundsätzlich erstmal die Kühlung laufen lässt. Soll ja immer so sein, dass erst runtergekühlt wird. Erst wenn die Temperatur passt, dann soll auch das Ding hier aufgemacht werden. Äh, soll auch das Ding zugemacht werden. Ja, dann habe ich das richtig verstanden. Jetzt, jetzt hast du mich noch mehr verwirrt. Ich kann heute nicht mehr denken. Unglaublich wieder. Ähm. Ach so, ja. Warte, 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 warte. Das ist recht so, ne? Ja. Stimmt. So. Ah, no. So, wenn der jetzt, wenn der jetzt unter 200 Grad fällt, gibt der rot aus. Das passt. Und wenn der jetzt grünes Signal unter 50. Genau, dann passt das. Doch, da müsste es hinhauen. Stimmt. Dankeschön. Dann passt es so. Ja, dann wird es einfach nur durch das grün-rote Signal dann priorisiert. Ja gut. Okay, dann passt das. Ähm. So. Dann müssen wir das noch irgendwie hier oben mit reinbauen. So, glücklicherweise haben wir hier tatsächlich eine Schleuse schon am Stehen zum Reinkommen. So, dann müssen wir das hier nämlich auch nochmal reinbauen. Also, wir brauchen einen Thermosensor. Den machen wir auch einfach nach hier hin. Und einen Atmosensor, das stellen wir daneben. So. Dann lassen wir beides da drauf laufen und dann kommt das da drauf auf den. So, Problem. Wir kommen da nicht hin. Ja, und der Kollege hier, das wird sowieso nichts, bevor wir das hier nicht am Laufen haben. So, das heißt, das ist jetzt gerade hier tatsächlich auch mit Prio, dass wir das hier fertig kriegen. Das wird spannend. Das wird richtig spannend. Und jetzt. Dann muss ich mit Nafta. Habe ich Keramik? Ja, habe ich. Weil ich habe hier kein Vakuum. Ich könnte es höchstens durch isolierte Ziegel ziehen. Dann habe ich auf jeden Fall weniger Probleme. Das ist Metall hier durch Atmosphäre zu fahren. Das ist nicht geil. Die Entlüftung nicht verfügbar. Druck 100%. Ja, okay. Dann legen die los. 2,6 Zyklen. Und 8,1. Okay. Wie lange dauert es, 12 Tonnen aus einem Vulkan zu bekommen? Lange. Das könnte lange dauern. Ja. Aber ich muss ja keine 12 Tonnen da reinkriegen. Sondern, sobald ich das da reingeschoben habe, ist es ja egal. Aber ich muss nur gucken, dass die Temperatur über der von dem Dingens liegt. 416,5 Gramm pro Sekunde. Was wäre die Alternative, um die Temperatur noch zu erhöhen? Könnten halt irgendwie Rohlehitzen. Blas habe ich genommen. Das ist auch sehr teuer. Ja, das dauert halt auch lange. Also wahrscheinlich nicht so lange. Aber ja, es dauert auch lange. Kurts mal überlegen. Boah, das... Das ist jetzt eigentlich halt echt nicht so weit weg, na? Ja. Ja. Sollen wir einfach magma pumpen? Wir pumpen magma. Komm. Bis wir Vulkangenugmenge hat, könnte wirklich echt lange dauern. Komm, wir haben da schon Rohöl liegen. Dann lasst uns das doch direkt als Schleuse hier machen. Das ist CO2 drin. Das ist natürlich nicht so cool, aber... Das geht so nicht. Ganz tiefer. Das ist eine gute Idee. Ich habe mir schon gedacht, dass du das als gute Idee empfindest. Ja, der Vorteil ist, wir haben an Magma haben wir natürlich genug da, ne? Ach, zum Glück haben wir hier schon eine Leitung, die... Ha! Die ist sogar schon aus Obsidian. Ich bin begeistert. Hm. Die auch. Wir machen natürlich nur eine Leitung. Wir könnten ein bisschen tricksen, um hier weniger Probleme reinzukriegen. Und dann brauchen wir nicht so viel... Dann brauchen wir nicht so viel Keramik nutzen. Die ganze Verbindung dazwischen machen wir aus Keramik. In der Hoffnung, dass irgendwie nicht alles hier voll in die Hose geht. Natürlich machen wir hier alles aus isolierten Zielen. Nochmal zusätzlich als Sicherung. Zerlegen Gebäude. Weg mit die Computer. So, dann zerlegen wir die Rückwandobjekte. Nein, nur da unten geht es nicht. Da kann ich keine Isotiegel hinsetzen. Na, jetzt ist das nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, gut. Na, ich habe hier sowieso noch CO2 mit drin. Ich mag mal pumpen. Ich. Ich geht, ich geht, ich geht. Ach, das wird bestimmt ganz toll. Das wird furchtbar in die Hose gehen. Genau das wird passieren. Genau das. Genau das. Weißt du, warum der Roger das nicht gemacht hat? So. Dann zerlegen wir mal kurzerhand hier das Gas da drin. So. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hier lang gehen. Quasi unten dann durchlegen. Also mit der, mit der Leitung, ne? So. Und mir ist da ein bisschen zu wenig Flüssigkeit. Dann müssen wir nochmal was hinlegen hier. So. 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 Wie war das jetzt nochmal? Shit. Kann das sein, dass ich... Kann das sein, dass ich von der falschen Seite hier dran gehen will? Ich glaube, ja. Ich muss von rechts da dran. Oh no. Da müssen wir bis noch da hinten graben. Das ist ein bisschen scheiße gerade. Oder kurz überlegen. Wenn ich hier einen Schacht mache, würde es vielleicht auch gehen. Oben war doch Obsidian-Fläche, oder? Da die im Vakuum ist, kann man die doch nutzen. Was? Was meinst du genau, Roger? Ja, ich will ja, dass die Magma hier quasi hier runter fließt und dann hier aufgefangen wird. So. Jetzt ist das Ding ja mit Magma. Es läuft ja neun Felder oder so. Und dann muss ich es von rechts einfangen. Also die Pumpe muss rechts neben der Magma stehen. Oder? Kurz gucken hier. So, die steht hier. Ja. Hier steht die. Die steht auf einem Block. Hier läuft die Magma hin. Die kommt hier heran. Und hier muss ich pumpen. So, ich könnte die Magma von hier nehmen. Das als Schacht runterlaufen lassen. Dann muss ich hier auch eine ganze Ecke tiefer sein, weil ich das mindestens... Ja, ich muss da ein paar... Druck haben wir ja hier nicht, ne? Nee, ja... Ja, obwohl der Druck wird ja danach lassen. Nee, das sollte gehen. Weil ich brauche, glaube ich, gar nicht so viel Platz, ne? Ich muss hier gar nicht neun laufen lassen. Wenn ich zwei, drei laufen lasse, ist das ja auch okay. Okay, dann gucken wir mal. Wird wir das da jetzt irgendwie hingefrickelt kriegen? So, wo klappen? Müssen wir den ganzen Schund hier auf jeden Fall gleich mal rausholen dann. So, machen wir einfach hier. Zack, zack, da. Und dann werden wir hier einfach gleich alles mit... Oh, da ist schon irgendwie Petroleum entstanden. Und wir haben hier mittlerweile auch Sauergas drin. Stark. Da ist irgendwo was Heißes gewesen. Na gut, wird nach und nach hier wo rauskommen. Zum Glück unkritisch von der Menge her. Ja, wir lassen das hier durch einen Schacht durchlaufen. Wir müssen allerdings hier dann auch alles... Alles weggraben, weil das hier alles schmelzen würde. Blei, Magmatit, Granit, Eisenärz. Das wird hier alles wegschmelzen. Und wir müssen das alles weggraben. Und dann tüddeln wir das hier gleich irgendwie rein. Barcum haben wir noch. Das ist sehr gut. Das ist Quecksilber. Ich bin geneigt, dieses Scheißzeug zu vernichten hier. So, das können wir eigentlich schon mal alles ausbuddeln hier. Haben wir mittlerweile wieder Obsidian? Haben wir nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie das da durch die ganzen Ölschleusen tragen. Wir haben hier doch noch jede Menge Obsidian. Viele Menge Eisen. Das können wir doch eigentlich ganz gut mitnehmen hier. Das ist schön kühl. Wer hat denn im Chat noch nie gesehen, wie man auf sie... Nein, wie ist das denn jetzt passiert? Nein, ich hasse es. Nein. Noch kein Quecksilber. Alles nur kein Quecksilber. Tolle Wurst, ey. So habe ich mir das... Ja, wow. Jetzt sind hier noch 29 Gramm sind hier oben drin. Also eigentlich ist alles hier unten gelandet. Danke, Spiel. Magische Räume und alles, Quecksilber in die Vernichtung werfen. Dieses Dreckszeug, ey. Wird auf jeden Fall für irgendwen gleich ziemlich heiß werden hier. Na ja, das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich, da schon hinzubuddeln. Dann geht hier wirklich alles schief. Wie kriege ich dieses Dreckszeug denn jetzt hier weg? Keine Chance. So wird dann nichts. Wärmetauschplatten aus Eis. Nee. Vernichten das jetzt irgendwie. Irgendwie vernichten wir das jetzt. Wenn ich dafür das Öl hier auch wieder vernichten muss. Ist mir egal. Es kommt hier weg. Woher blockiert? Warum? Ach so. Da fehlt noch was. Okay. Guck mal, was gleich passiert hier. Oh, Leute. Könnt ihr das jetzt bitte eben zu Ende bauen hier? Danke. Ja, im besten Fall geht das roh nach oben. Und das... Quecksilber bleibt da drin. Das wäre schon ganz nett. Das wäre cool. Ja, ich schaue da gleich rein. Ja, Brotter, du hast sie gerade einfach zu viel gelobt. Kann das sein? Die brauchen schon wieder fünf Jahre, bis sie hier unten sind. Guck mal ran jetzt hier. Gut. Hat geklappt. So. Jetzt hier dicht machen. Na, schaut mal, es klappt, ne? Ach komm, ist egal. Ist hier zufällig. Wir sind unter 200 Grad. Alles ist gut. Und dann wird jetzt hier immer nach und nach rausgelassen. So, ja, das mit dem rauslassen funktioniert natürlich nur. Und die will ich ja gerade nur mag mal da reinlassen, ne? Verdruck, Überdruck. Ich muss das Wasser ja jetzt irgendwo hinlassen. Das geht ja gar nicht anders. Wo ist es eigentlich irgendwo wieder? Ach man. Irgendwie wieder zurückführen. In den Tank rein. Wenn das totaler Humbug ist eigentlich, aber ja. So, aber platztechnisch wird es hier auch langsam echt eng. Wie kriege ich denn hier noch? Na, so könnte es klappen. Das wird wieder ein Spitzenrohrknoten. Erste Sahne weht das Ding in hier. So. Dann lassen wir es hier einfach runter. Das Problem ist, wir kommen da gar nicht dran. Überall. So. So. Da ist das ganze Quecksilberrotz endlich weg. Dann können wir uns hier weiter beschäftigen. Und schon mal quasi alles, was hier so rumliegt, können wir schon mal... Ach nee, stopp. Ach nee, stopp. So. Und dort können wir mal alles nach hinten rum... Und dann geht's das Ding. So. 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 Kann eigentlich nur schief gehen so, ne? Naja Kurs überlegen, wie machen wir das da jetzt? Ja, so muss man eh alles raustragen Den können wir da rausnehmen, den ISO-Ziegel Die Luftschleuse ist schon mal aus Wolframid, das ist sehr gut So, ich weiß gar nicht, ich hatte die Frage vorhin, glaube ich, nicht zu Ende gestellt, ne? Hat irgendwer hier im Chat denn noch nie gesehen, wie man Magma pumpt? Was? Hast du das noch nie gesehen, Schumchen? Warum nicht? Du hast doch bei der Reise schon zugeguckt, da haben wir Wolf... Da haben wir... Moment, da haben wir Niob gepumpt Das ist ja noch schlimmer Ich glaube, das ist das Schwierigste natürliche Material, was man pumpen kann Ne, Niob ist nicht Magma Ja, es ist aber Quasi noch schlimmer Noch sensibler Gesehen schon, aber noch nie selber gemacht Aber auch noch keinen Bedarf gehabt Kann ich eigentlich Scheiße, das Ding hat kein Automatisierungskabel Mist Ah, das ist ja auch richtig blöd Muss ja irgendwie sicher gehen, dass die Magma nicht da drin stehen bleibt In dem Rohr Boah, das wird aber richtig ätzend Oder Obwohl, ne, es ist... Boah, das wird mich richtig anscheißen hier noch, glaube ich, ey Das war keine gute Idee Das wird... Das wird alles voll in die Hose gehen Und das hauptsächliche Problem dabei ist, dass wir es nicht durch Rapor pumpen Jetzt wäre mir das eigentlich alles ziemlich egal Das wird Phänomen egal, egal in welche Richtung Das wird eine absolute Katastrophe Oh, unser Wolframid geht aus Ich habe noch irgendwo so ein Riesenlager davon gehabt Da ist nicht eine Menge, aber Irgendwo was schneller Erreichbares Nee, ne Na gut Dann Buddeln wir uns da mal runter Dann so machen wir auf cool das ist doch mal ein schöner blueprint großartig den brauchen wir da noch nicht hinsetzen genau wie die brauchen wir auch noch nicht hinsetzen so was das soweit ja das passt so was brauchen wir noch wir brauchen die pumpe aus stahl können wir ruhig machen wir brauchen auf jeden fall die kühlleitung so eigentlich da zwei schichten isolierte ziegel scheiße das ist ja muss ja sogar zwei linien da durch kriegen also wir kommen hier rein so damit müssen wir auch irgendwie raus kommen ja das ist ja schon gebaut was denn da los aus der ziegel um beim buddeln oben ist kein grabeauftrag sondern auch vom tag auf tag gewesen ich weiß gerade nicht mehr wofür das gemein war den machen wir dahin das heißt wir gehen damit hier lang so und die geht da lang und dann hier lang so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, was müssen wir denn noch machen? Wir müssen das immer rauswerfen, ne? So, das heißt, wir nehmen einen Rohrflüssigkeitssensor. So. Den verbinden wir damit. So, da, da. Was heißt das durchjuckelt? Müssen wir auf jeden Fall mal was nehmen, was da auch ein bisschen was aushält. Solite Rohre aus Keramik. Was ist das hier richtig? Ja. Das ist alles Keramik. Das ist okay. Machen wir da lieber mal. So. Aber der Rest hier kann auf jeden Fall mit... ...denen gemacht werden. ...schon wieder weg. So. Dann brauchen wir den Wärmetauscher hierhin. Dann müssen wir da gleich noch irgendwie... ...nafter hinbekommen. Mit Wolfram mitbuddeln. Oberster Ziegel. Oh. Dankeschön. So. Nafter haben wir noch nicht hergestellt. ...muss da heiß genug sein. Welche Viskosität hat eigentlich Nektar? Das ist eine gute Frage. Es könnte gut sein, dass das sogar Viskosa ist, ne? Ich probiere mal aus. Probieren wir das mal aus. Stellen trotzdem mal ein bisschen nafter her. Mach das bitte mal erst, bevor da gleich nafter ist. Okay. Okay. Wo können wir mal? Ich bin gespannt. Aber guter Einwandwand, Andrea. Könnte tatsächlich doch eine Ecke Viskosa sein. Weiß man nicht. Achso, ich habe wahrscheinlich keine Möglichkeit, das hier gerade abzupumpen. Denn es ist gleich total unspektakulär. Es hat halt ähnliche Werte wie... Es hat halt ähnliche Werte wie Wasser, ne? Also zumindest von den Wärmewerten her. Mal gucken. Wir werden es gleich wo ausfinden. Haben wir das? Achso, Nafta haben wir jetzt auch. Sollten wir. Aber es war noch nicht gebaut gerade. Es kann auch sein. Blöd. Blödflüssig ist Nafta. Achta. Wow. Ungefähr 2000 Mal drüber gegangen. Ja, ich... Ja. 31,6 Gramm. Na, ich glaube, es ist schlechter. 31,6 Gramm ist wie Wasser. Hm. Ja, wir gehen mal davon aus, dass es Nafta sein muss. Zerlegen die Pumpe hier nochmal. Wir haben keinen Keramik mehr. Das ist tendenziell ziemlich schlecht. Seien wir ehrlich, müssen wir hier auch an der Stelle... Obwohl, da ist es eigentlich doch, na... Besser wär's. 32,8 Kilo. Na, ein dezenter Unterschied. Okay, ja, schade. Ja, Nektar ist halt doch kein Honig. Nee, Nektar ist kein Honig. Aber, ja, hättest du hier rein können. Wohl spannend wäre vielleicht ja auch noch, ähm, tatsächlich... Ach ja, ist das Zeug denn jetzt nochmal von den Kühen? Weiß ich gar nicht, wie der Teil ist. Warum funktioniert das jetzt hier nicht? Fehlt. Na, schaut mal. Also, wassertechnisch, äh, geht gerade schon einiges hier. Bisschen doof ist hier, dass wir den... Na, der braucht eigentlich mehr Volumen hier. Das ist das Problem. Aber das ist jetzt auch nicht so wild. Brakine, genau. Oder Brakin, wie auch immer. So, Naftar. Naftar. Das ist immer so ein Spiel mit dem Feuer, ne? Also, eigentlich ist es ja auch flüssiges Feuer. Ich hab die Magma-Pumpe auch schon mal mit Ruhe gebaut, geht auch. Ja, kann man natürlich machen, ist aber nicht empfehlenswert. Okay. So... So, das Ding brauche ich auch noch irgendwie Strom, ne? Verdammt. So. Zum zweiten Mal, Conny, guten Abend. Lässt du Andrea heute wieder das Plastikmoped kaputt hauen und komplett ausrasten? Vielleicht? Hallo Boris, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ist mir tatsächlich gerade durchgegangen. Tut mir leid. Können wir ja auch schon mit den Brücken arbeiten. Hab ich eigentlich Brücken aus welchem Material habe ich die Brücken genommen? Jetzt stopp, die Rohbrücken werden ja nicht heiß. Stopp, doch. Klar, die können auch heiß werden. Die sind nur... Na, wieder wird verwechselt. Ist noch alle weg. Natürlich können die heiß werden. Nein. Die können zwar heiß werden, aber nicht durch die innere Temperatur. Meine Güte, ey. So. Mikroodler. So. Mikroodler. Spannend wird jetzt hier halt wirklich die Geschichte. Wie kriegen wir das hin, dass uns hier nicht alles um die Ohren fliegt. Die Stromleitung ist auch ab und an rot. Die Bau weg. So. Die, die hier überall quasi lang läuft. Hahaha. Ah, shit. Haben wir noch einen Transformator gehabt? Nö. Hier hatten wir noch welche. Hier wäre noch eine frei. klein und bescheiden der Stromkreis. Was war der hier, ne? Ja. Der zieht sich auch einfach mal komplett hier über durch die ganze Base. weiß. Also ich sehe da nichts rotes. grünes Signal bei Nafta. Flüssigem Nafta. So. Mäh, mä. Nee. Achso, ja. Die läuft bestimmt lange sogar noch. Zack. Dann kommt sie hier zurück. So. Da kommen sie nicht dran. Da kommen sie nicht dran. Das wird jetzt halt hier echt widerlich. Das hier irgendwie hinzutüdeln. Ich muss mal überlegen, wie machen wir das Ganze? Also, ich muss irgendwie unten ein Merkmal haben, dass das Ding hier voll ist. Obwohl, kann es voll werden? Das ist mal blöd gefragt, ne? Kann es überhaupt voll werden? Warum hat das Ding keine Automatisierung? Mann, Frechheit. Können Rohrbrücken überhitzen und kaputt gehen? Nein. Sie können schmelzen, wenn sie von außen Temperatur abbekommen, aber nicht von innen. Das ist ein ekelhaftes Kuddelmuddel hier schon wieder. Ist auch schon wieder so ein richtig, richtig Classic-Dingchen hier. Okay, ich glaube, das einfachste wäre, wir machen da drumherum einen Raum im Vakuum. Wir stellen daneben irgendwo ein Tank und über die Tankfüllung können wir sagen, yo, hör mal auf, mag man nach unten zu pumpen. Das könnten wir tun. Ich glaube, das wäre das Sinnigste. Was allerdings bedeutet, wir müssen hier ein Vakuum drumherum ziehen. So. So. Ist das ein Problem? Nö. Wenn wir jetzt hier einfach Kasten drumherum bauen. Eigentlich nicht. Einzige, was ich ändern muss, ist definitiv das hier. Dann können Sie es noch oben hinstellen. Oder hat ein Tank eine Überhitzungstemperatur? Ein Tank hat eine Überhitzungstemperatur. Aber wenn ich ihn oben hinstelle, dann würde die Magma ja trotzdem im Rohr stehen bleiben. Wenn ich allerdings den Tank hier im Vakuum stehen habe, ist es egal. Dann kann der Tank und das Rohr bis nach hier hin stehen bleiben. Das ist egal, weil es ja im Vakuum ist. Das heißt, es würde keine Temperatur tauschen. So. Und über den Tank würde ich ein Signal kriegen, bis wohin ist gefüllt. Yo, ich bin jetzt bis zu dem und dem Punkt gefüllt. Hör mal auf, Magma nach unten zu schicken. Das heißt, wir können an der Stelle dann sagen, wir automatisieren die Pumpe. Oder, noch sinnvoller, wir automatisieren ein Ventil. Ja, wir müssen hier eigentlich auch die Pumpe tatsächlich am sinnvollsten mit einem Tank automatisieren. Oder, wie habe ich das sonst gemacht? Ich glaube auch, mit einem Tank. Gerade nicht sicher. Also, eigentlich muss sichergestellt werden, dass die hier durchgehend pumpt. Oder zumindest muss sichergestellt sein, dass das Rohr nicht voll wird. Das ist wichtig. Das Rohr darf nicht voll werden. Und wenn ich das verhindern will, muss ich hinter der Pumpe einen Tank haben. Weil in dem Moment, wo das Rohr hier komplett gefüllt ist, könnte sich das hier mit der Automatisierung verhaken. Und dann, ja, tropfen wir vielleicht auch einfach Magma dann hier auf das Nafta. Das wäre etwas uncool. Warum? Wenn ich den Tank in Vakuum stelle, ist das egal, Roger. Der Tank ist wie eine Rohrbrücke, musst du dir vorstellen. Der kann nur die Temperatur von außen annehmen. Also, die innere Temperatur ist bei dem Tank egal. Nur die äußere Temperatur nicht. Also, ich kann da auch einen Eisenerztank nehmen. Das ist Wurst. So. Wir basteln jetzt hier mal eben ein bisschen was hin. So. Wir setzen hier gleich den Tank nach oben. Dann sparen wir uns da ein bisschen Platz. Na wohl. Ja doch. Wir setzen hier gleich den Tank mit rein. So. Heißt, wir müssen hier oben jede Menge ausbuddeln. Ne, eigentlich müssen wir nur das hier ausbuddeln. Da ist glücklicherweise schon Sidian. Nach Abyssalid. Na, ist egal. Wir werden es trotzdem tauschen. So. Zack. Dann reißen wir das Ding ab. Die ganzen Rückwandobjekte kommen hier weg. Das kommt weg. So. Und dann geht es hier runter. Den ganzen Kladderdatsch müssen wir da gleich auch mal rausholen. So. Diese Leitung hier. Lassen wir mal so da dran. Die lassen wir so. Das passt soweit. So. Und mit der Magma-Leitung gehen wir hier lang. Wir brauchen dann noch einen Tank. Aus Eisenherz. Weil wir es können. Also dadurch, dass wir nicht alles durchs Vakuum pumpen, müssen wir halt sicher gehen, dass nicht die Magma in den Rohren stehen bleibt. Und nur da, wo wir wirklich ein Vakuum haben, können wir das auch machen. So. Und die Rohrbrücke muss da weg. Und dann kommen wir von hier aus. Und schon wieder keine Obsidian mehr. Und dann können wir uns mit dem Kladderdatsch ist. da ist keine großen mengen obsidian mehr zu sehen da war auch ganz schön weit gerade für graben so bin total müde muss ins bettchen wünsche euch noch viel spaß beim bastel und später eine gute nach dankeschön dass du da war schrummchen eine gute nacht dir tschüss was nicht verdammt so was war das juno dankeschön für dein abo im siebten monat vielen 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 lieben dank grüße dich schön dass du da bist so wir brauchen hier einmal drin kohle feuer 25 kilo kohle geliefert hier doch ja jetzt noch ein lagerbehälter bitte daran sieht man immer ganz gut warum das alles so lange dauert weil die für jedes pimpel bisschen dahin laufen keramik produktion ist eigentlich ein super super schnelle sache wenn man es vernünftig aufbaut woran scheitert jetzt hier gerade wirklich an zinnova erz nährstoffreiche erde tonfeuer da haben wir das auch fertig also die menge wasser die gerade entstanden ist ist auch schon ein bisschen übel oder so weiter geht's magmatit so das ist soweit alles richtig druck 0,17 prozent das heißt das ding ist ziemlich leer das ist sehr gut so massen move so was brauchen wir noch wir brauchen automatisierungs kabel zu einem ventil wir müssen hier vor allen dingen noch irgendwo einen tank rein gebastelt bekommen heißt wir graben hier nochmal ein bisschen was weg ach so ja was vielleicht auch noch mal ganz interessant ist war roger da vorhin gerade nach fruch also ein flüssigkeits tank kann auch seine temperatur mit so einem iso ziegel tauschen tauschen wenn er nicht auf den iso ziegel steht kann er die temperatur mit dem iso ziegel tauschen wenn er halt im vakuum auf dem gitter ziegel steht dann nicht ich habe hoffentlich gerade iso ziegel gesagt also wenn der tank auf dem iso ziegel steht dann kann er mit dem iso ziegel die temperatur tauschen steht er auf einem gitter ziegel im vakuum kann er das nicht so wir brauchen ja auch noch ein bisschen rohöl drin jetzt haben wir das große problem ich pump hier einfach gleich verdrehen ähm pump hier gleich einfach was weg das ist jetzt zum glück eigentlich auch nicht so ein hexenwerk hier ja auf 10 0 20 morgen 20 und 10 oder dann wie ich glaube wir werden heute nicht mehr sehen wie das hier läuft hat schon leider leider leiten ist jetzt los leider werden wir das nicht sehen mehr in der zeit schlafen wir das nicht mehr so hier geht das ziegel da ein tank die 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 Ja. das geht so nicht ist ja nicht schlimm ich finde es klasse dass du das machst bin mega gespannt was dabei rauskommt ja gucken wir mal also ich auch irgendwas stimmt hier nicht ich habe mal eben unsere ganze stromversorgung gekillt oder kann man machen zum glück haben wir noch etanol als wir haben auch jede menge wasserstoff unsere pumpe ist defekt die ganze co2 plötzliche ich bin überfragt keine ahnung so haben wir auch jede menge wasserstoff tatsächlich aber unsere pumpen sind das auch nicht so sprickelnd irgendwie hat sich das biom hier ein wenig auseinander genommen eigentlich geschmolzen möglich die frage ist wo hier zum beispiel ja ich war jedoch in jeder menge hier auch hier war auch überall co2 drin war das gerade eine keine ahnung ich ignoriert das mal ja warum nicht ist eigentlich egal es ist ja außerhalb der base von daher ist egal es ist egal was außerhalb der base passiert hier ist alles tutti übrigens sauerstoff haben wir noch genug 1800 kilo da liegt auch noch ein bisschen was da ist alles gut essen haben wir genug sauerstoff sieht gut aus co2 sieht gut aus ich bin zufrieden das einzige was gerade ein bisschen schwierig ist ist das hier bei denen ist an der körpertemperatur mangel nicht am futter müssten hier tatsächlich eigentlich mal eine kühlung einbauen co2 schläuse ist leer nix tutti ja stimmt aber hier ist auch wasserstoff also hier passiert gerade nichts das co2 fängt ja nicht an den wasserstoff hier weg zu drücken also da passiert gerade nix sind die immer noch nicht durch hier ja gut ich meine ist ja auch relativ übersichtlich was die dampfturbinen hier pro sekunde halt rausziehen ne 0,2 kilo ja 0,2 kilo kann unter umständen auch ein bisschen dauern aber er gibt schlimmeres jetzt sagt jetzt hat sie die pumpe jetzt erlegt weil es zu warm ist die nahen stehenden lieferung ja macht sinn ne wir kommen auch gar nicht mehr an unsere rolle dran das ist ein bisschen doof so strom kriegen wir also ja ich könnte mich jetzt hier auch um jedes problem noch kümmern was wir hier finden werden aber ich bin ganz ehrlich dann sehe ich gerade nicht mehr dass wir hier die die base jetzt bis ins perfektionierteste fertig machen also ne seh ich halt gerade gar nicht mehr ich will eigentlich wissen was hier passiert wenn ich da magma durchjage und dann ist das auch für mich tatsächlich erledigt obwohl ne stopp eine sache eine ganz wichtige sache da haben wir letztes mal angefangen habe ich jetzt komplett vergessen wir wollten doch noch hier die einhorn klopse wollten wir noch farmen die müssen wir doch mal rüberbringen übrigens ich habe gesehen dass die nicht ertrinken die viecher die können nicht ertrinken das ist ein bisschen frech finde ich kann man die eier gar nicht einfach in wasser schmeißen und dann ersaufen die so haben wir noch mehr von denen ich glaube nur die drei ne zumindest hier da läuft noch einer rum so gucken wir mal ob die vier stück da oben genug zu futtern haben bei den wilden bäumchen da oben das soll ja gerade wieder rausgerotzt deswegen eine anzeige vielleicht schon irgendwas stimmt jedoch nicht das sieht falsch aus hier ist nicht richtig so und da oben klappt es jetzt schon wieder so einen irren blick drauf so was wollen wir noch also wir brauchen auf jeden fall ein automatisierungskabel von hier bis zur pumpe so das müssen wir auch aus irgendwas bauen wird nicht wegschmelzt haben wir das und dann muss ich noch ein automatisierungs kabel haben von hier haben wir dann nämlich ein flüssigkeitsventil das ding hat keine eigentemperatur das heißt es geht nicht kaputt im vakuum ja so das ventil müssen wir steuern mit dem tank von hier irgendwas vergessen irgendwas falsch glaube nicht oder da ist alles verbunden da 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 und da hier haben wir jetzt alles rausgeräumt das heißt die können wir eigentlich auch schon dicht machen so die lassen wir nachher auch einfach hier drin die wassermenge ist auch schon echt übel hier was hier zusammenkommt sowohl da muss man jetzt auch noch mal dabei sagen da ist jetzt auch noch mal quasi wieder das wasser was wieder zurückkommt hier na ist ja auch nicht zu unterschätzen also quasi die menge die wir vorher da reingepumpt haben haben kommt jetzt quasi so wieder zurück aber ich sehe jetzt nicht wie viele jetzt noch haben das ist ein bisschen doof dass man das nicht sieht wie viele jetzt eigentlich noch so drin ist das sieht man an der anzeige unter dem reaktor äh generator was meinst du denn hier aber dadurch dass ich jetzt die ganze zeit überdruck habe sieht man da nix so bin dann mal wieder weg muss noch hausaufgaben für die arbeit erledigen wünsche dennoch viel spaß beim basteln bis die teile dankeschön dass du da warst einen schönen abend dir noch tschüss naja deswegen passiert hier nichts mehr einfach keine aufträge kurz mal hallo zusammen hallo nero ich grüße dich dankeschön für dein abo im dreißigsten monat dankeschön so später stunde schaust du noch vorbei hier genau ganz unten ist ein meter wenn das auf grün ist gleich leer rot gleich voll aber ist das nicht hier die ladung fürs nächste mal so hatte ich das verstanden deswegen bleibt das hier auch konstant da unten stehen 0,17 prozent druck flüssigkeitstemperatur 79,6 grad glaube das ist das was ich jetzt in den nächsten fuhre schon reingefahren habe also das was ja jetzt quasi hier an den an den geo entlüftungen dran ist das ist ja auch schon einmal zum kern gepumpt worden das hier ist ja noch vor dem kern die gleiche anzahl gibt es da noch in den ausgang je nachdem was du wissen möchtest ach so da hier der hat gar keinen druck weil nicht heiß genug und hier fehlt noch ein bisschen was okay ist sie denn exakt gleich ne das ist ein unterschied okay immer auch so zu zappeln hier wenn das hier fünfer striche sind sind das hier 10 11 so generell so dann kann das ding hier auch in die tonne das kann auch alles weg strom das ist gut dass ich dann mal gut habe der braucht nämlich strom dann können wir alles da weg räumen was hier rum liegt das ist so ein geiles tool axe ich 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 jetzt ganz eng werden für leitung obwohl er gerade den dingen so weggeräumt den lanzen sind gestechen ja stech apfel moped ok also kalorien sind ganz schön runter gerade ich glaube da ist jede menge schlecht geworden kann hat wohl sein die kühlschränke nicht mehr im kalten doch und haben wir ziemlich viel weggefuttert anscheinend ja mal gucken nochmal hier sowieso auf die feder rüben gehen ethanol klappt das können wir uns mittlerweile leisten bei 140 tonnen holz heute mal glaube ich sowieso wir sollten ja wollten ja auf die pommes gehen richtig das nur richtig im kopf habe so theoretisch sind sie doch hier jetzt durch komm dann machen wir den einen einen kritischen einen kritischen moment machen wir heute noch ich hoffe zwar nicht dass ich laden muss aber man weiß nie so der muss auch noch können wir gleich die dingens schon mal laufen lassen so dann ich habe nicht wirklich jetzt isoziegel hier aus magmatit gebaut und leitern aus granit auch eine ganz gute wahl die ich da getroffen habe da wäre es bestimmt auch keine hops gegangen wenn der alt ganze ding da voll gelaufen wäre und alles verschlossen ist wäre bestimmt keiner drauf gegangen weil deswegen speichert man vorher bei sowas mir 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 dann ja ich mach so ich es es dann können wir hier dicht machen und dann machen wir gleich schon mal da oben die magma rotze auf so kühlung können wir auch schon mal laufen lassen nicht wirklich das ding sollten wir im übrigen auch aus stahl bauen kann wenigstens nicht wegschmelzen wenn hier was passiert hier aus stahl nee sie ist aus wolframid ganz schön leute da war ein bisschen platz nach oben in von temperaturen bis da was passiert ach kommt schon Jetzt läuft die Kühlung wieder nicht mehr. Jetzt wieder. So, ne, die vielleicht nicht. Kommt schon. Das macht doch jetzt nicht auf den letzten Metern hier so spannend ey. Okay. Dann wieder kein Obsidian oder was? Doch. Okay, wenigstens hat da jemand schon in Auftrag. So. So. Heurika. So, jetzt Daumen drücken, das hat alles soweit klappt. Und wir wenigstens schon mal pumpen können. So. Mal gucken, das hat soweit passt. So, das funktioniert schon mal. Es läuft auch nichts über. Das ist gut. Gut. Dann grauen wir mal auf. Lass uns mal etwas langsamer reinlaufen. Das Kührohr ist dann in der Magma. Mhm. Deswegen Keramik. Ich kann es da gerade nicht viel besser lösen. Das Einzige, was wir anders machen könnten, wäre hier mit einer Brücke arbeiten. Oh. Mhm. nur das ist jetzt sowieso zu spät das macht keinen unterschied Jetzt gerade ein bisschen am rumwirbeln hier Deswegen schwer zu sagen Aber es sah gerade nicht so aus, als wenn es einen Unterschied gemacht hätte So, jetzt funktioniert alles Also es ist alles heile geblieben, ich bin begeistert So, und dann wird das schon mal vorgepumpt hier Gut, das bringt jetzt hier nicht so viel gerade Und den Rest gucken wir uns mal beim nächsten Mal an Mal schauen, ob das soweit alles klappt, wie wir uns das hier vorstellen Aber ja, wir pumpen magma Ich bin begeistert, dass das geklappt hat soweit Wir haben jetzt eine relativ große Menge, die wir da rein pumpen können Und hallo Roxo, ich grüße dich So Das handeltet noch mit der Automatisierung Ich bin nämlich nicht sicher, ob das soweit passt 60% Das heißt 2.800 oder sowas Ja, es ist auch immer schön, dass das soweit klappt Sieht mittlerweile auch ziemlich wild aus hier Auf jeden Fall macht der Wärmetorscher die Konstruktion der Magma-Pumpe etwas einfacher Ja, ja, ja Ich meine, ob du jetzt hier ein Rohr langgezogen hast mit einem Radiator Oder Der einzige richtig gute Vorteil daran ist, wenn hier wirklich was passiert Dann geht nicht direkt das Rohr kaputt Weil sonst wenn du einen Radiator hattest Und das ist dann wirklich hier zu heiß geworden Der hatte natürlich sofort dann durch das Radiatorrohr die Temperatur ordentlich mitgegeben Und dann war das Thema relativ schnell erledigt Okay, so ist richtig So ist schon mal richtig Jetzt hat er gestoppt Das ist gut Na, und jetzt haben wir den Vorteil Dadurch, dass der Tank hier schon bei der Hälfte sagt Nee, stopp Kann das Rohr hier auch noch ziemlich lange nachlaufen Und das heißt, das Rohr wird hier niemals komplett gefüllt sein Und ja, das ganze System geht nicht kaputt hier Sehr schön So, ja, dann gucken wir uns den Rest beim nächsten Mal an Und dann müssen wir das auch noch automatisieren Hier mit dem Ventil und so Also wird auf jeden Fall nächstes Mal noch spannend Und mal gucken, was dann alles so passieren wird Ich bin da auf jeden Fall auch super, super gespannt drauf Und ja, ich bedanke mich schon mal bei den YouTube-Zuschauern Dankeschön, dass ihr reingeschaut habt Wie immer, wenn es euch gefallen hat Lasst gerne ein Like da Abonnieren nicht Vergessen, wenn ihr neu dabei seid Ja, lasst mir auch gerne einen Kommentar da Was ihr von unserer tollen Konstruktion jetzt hier erhaltet Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Tschüssi Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge